um ist der baum hier eingepackt nobody knows er hat noch ein geschütz aufgebaut ich drehe durch da unten steht ein geschütz drinnen vom gegner der hängt wer dadurch der kann richtig einstecken grüß dich gamer mei 19.4 und martin servus dirty bomb hab ich immer relativ viel zuschauer finde ich weil es nicht so viele leute zocken gestern bei fallout waren auch war auch relativ aktiv in der community 5 leute oder so zur höchstzeit ich hätte mich etwas beteiligt aber ich war so mit rimworld beschäftigt hast du dich überhaupt dann nebenbei konzentrieren kannst du im zocken ja ich hab gerne mal livestreams dabei auf wenn ich videos schneide oder ähm letztendlich was anderes dattel abgesehen ist von caudas practice ja da muss man ja wirklich hören von wo der gegner kommt apropos gegner hallo wo haben die geplant hat das so bei dem anderen immer da wo ich nicht bin das ist so typisch ich hab mich verlaufen kenne ich ich bin genau hinter dir ich weiß nicht ob du schneller defusen kannst ja aber defusen durch decke kannst du nicht schneller oh hast du noch geschafft ja ja weil du hast halt ne skill womit du schneller defusen kannst also manche klassen haben das ich brauche ewig halt dafür ok wird das auch beschleunigt je mehr daran arbeiten oder ne das war damals so bei dem vorgänger aber jetzt ist immer derjenige der am schnellsten defusen kann der defust halt bei mir stand nämlich auch gerade da team kamerad defusen ist so auch gut wo geht es denn hier lang man ist ein map erkunden ne amokiste mensch hallo klick klick wo wüsste ich brauche äh äh ich stehe ziemlich weit vorne ja scheiße diesmal die andere seite ne natürlich die andere seite scheiße falsch gelaufen nein ja genial ne von hinten dumm wichser ähm du hast auch nen kurz chat den auf äh commercial servern meistens keiner liest äh mit v kannst du es machen keine ahnung wie es ist passiert v2-2 ist nach ambush rein ja ok und da gibts halt auch noch zanni und sowas verdammt mit v2-2 ist nach 항 weg nicht weg 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 Danke für den Follower, Mr. Shiii. Freut mich, dass es dir gefällt, wie wir hier auf den Sack kriegen. Also obwohl, auf den Sack ist es noch ein bisschen anders. Oh, hallo. Dieser komische Buschwecker, der geht mir halt übelst auf die Truller. Also, der legt mich immer um. Der da. Der camp im CDA Gebäude. Ja. Ne, das andere ist noch nicht, glaube ich. Das andere ist noch nicht kaputt gegangen, glaube ich. Das kann ich nicht mehr defusen. Scheiße. Na gut, der Vorteil ist, jetzt müssen wir nur noch eins halten. Komme. Bin schon ansprach. Drei Mann da oder so. Okay, jetzt müssen wir nur noch eins halten. Glaube ich, ja. Ganz schön komplex die Map. Na gut, jetzt weiß ich wie da. Die können von schräg links hier kommen oder von rechts. Oder von überall wahrscheinlich. Meistens kommen sie von hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mit dem Mausrad die Waffen switche, weil da habe ich nämlich Selfkill drauf. Selfkill? Ja. Alter, was war das? Oben auf dem Dach. Ich war so schnell down. Krasser Scheiß, man. Hab das gar nicht mitgekriegt. Gucken. Ach, der Flo liegt auch rum. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was der Flo treibt. Ich bin am rumpeddeln. Suht sich im Dreck. Ich kann halt noch nicht die Heilstation aufstellen, weil ich noch nicht genau die ganzen Spots kenne auf der Karte. Ich lauf mal mit dir mit. Nice. Ganz vertrellig. Wann hat der denn, wann hat der denn verdammten Molotow geschmissen? Überhaupt nicht mitgekriegt. Rechts von dir? Irgendwo? Ja. Spielst du etwa mit Boxen? Nee, aber ich war gerade am Austesten von den Befehlen. Achso, ja, du kannst dir aber auch nur Zeitversätze schicken, weil du sonst Spam-Warnung kriegst. Also, er sendet es dann einfach nicht. Ich musste mal 5 Sekunden warten, glaube ich, dazwischen. Ich habe eine Heilstation hier. Nee. Oh, war das kacke. War das kacke gerade. Er stand quasi vor mir und ich schieße daneben. Setz mich auch immer an den Computer und hab dann irgendwie wieder eine andere Mausposition. Das ist immer... Oh. Ah ja. Oh, 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 oh. Also, du musst dann ran Diffusion gehen. Ich mach mal... Hinter dir, hinter dir. Auf dem Dach. Ja. An allen Seiten, die haben das komplett zugekämmt. Einer Balkon, einer Hornsbrot. Also, unsere Team jetzt kriegen auch irgendwie nur Schmidt, oder? Ja, der spielt im Nachsichtmodus. Ja, das ist so. Nein. Nee. Gott dammit. Oh, 23, 17. Ah, das geht noch. Also, ich hab schon... Ich mit Chebek zusammengespielt hab auf dem Public auch schon über 40 Kills oder so gehabt. Ja, 60. Das ist halt auch ne Frage des Gefühls, dann muss für das Spiel erstmal ein Gefühl entwickeln, wenn man vorher sowas gar nicht gespielt hat. Erstens, deliver the stages of the virus to overload the solar station. Then destroy either of the containment shield pylons. Finally destroy the command center to disable the anti aircraft guns. Wenn's... sonst nix ist. Ja. Easy going. Mhm. Ich hätte das Spiel auch Mission Impossible das Game nennen können. Haha, ja. Ich nehm das einfach mal mit und dann... Kann man nicht fliegen? Nee, leider nicht. Ich glaub wir müssen ja irgendwelche Pumpen zerstören... Damit... Irgendwelche Steuerungen damit die Türen aufgehen. Die zum Beispiel da. Oh, oh, oh. Ich dachte du kannst wir jetzt noch rauslaufen. Oh, das braucht's mir oder nicht. Warte gar kein Schicksal. Ich weiß schon mal wo wir sind. Das ist gut. Aber da unten springt schon wieder so ein... Eumel rum. Oh, 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 oh. Wut? Wurde ich grad von Schwanzraupe getötet? Ach ne, Schwitzraupe. Geilerer Name wär's. Kriegt er's mit? Er kämmt lieber da oben im Angriff. So ne Leute sind immer am geilsten. Wut? Alter, was für ne... Was für ne kranke Mine waren das bitte? Komm, steh auf, Alter, Mann. Ah, ich... ich bemühe mich. Ah, wir müssen die Türen jetzt aufsprengen. Ja. Kann man übereinander stehen? Ich glaub nicht. Uh, Ammo. Nehm ich doch mal mit. Du bist ein Springer in deinem Stab, oder? Alter, ich wusch' ihm wieder! Oh... Sniper! Sniper und Headshot, da kann's natürlich nichts machen. So, ich nehme mal wieder den Datenkern mit. Ich glaub wir gehen mal geradeaus, wa? Wir haben das Objektiv. Was? Oh. Ach. Ich habe heute kein Gefühl in der Maus. Steht unten drinne, der Vogel. Beziehungsweise die Data-Cores liegen auch unten drinne. Aber jetzt irgendeine Tür haben wir aufgemacht, glaube ich. Uh. Überall hängenbleiben, bitte. Oh ja, hier, die Tür ist offen. Nice. Also, ich stehe in der Tür und werde zerfetzt von dem Airstrack. Was zum Teufel? Hätte ich draußen gestanden, hätte ich es verstanden, aber so? Nee. Gucken, wo du hier rum... Ach, du bist auch tot, wa? Nee, da oben. Nee. Da oben rechts, ja, genau. Bleib mal so, ich komme mal mit dem Coors, das sei denn, der Kakbun nimmt die jetzt. Und dann nimmt sie auch. Die scheiß Tür ist wieder zu. Geil. Das ist ein Ding, ne? Ja, er hat die... Jetzt legt er einfach die Docks hin und rennt weg. Geil. Alter. Ach, der Heavy hat mich getötet. Scheiße. Es hat gereicht, den aufzuhalten und das Ding abzugeben. Fuck. Jetzt brauchen wir noch ein zweites. Oh, die Tür ist wieder offen. Ja, dann kommt auch noch ein Heavy um die Ecke. Vor allem, ich merke gar nicht, dass ich die Leertaste drücke, ne? Das ist immer lustig. Ich komme mal zu dir. Oh, hier ist er noch. Kommt er noch. Oh, er hat gerade an dir vorbeigeschossen. Und mich getötet. Wie geht denn das? Ich spiele auch mal Skyhammer. Pumpe auf Angriff ist immer so eine Sache. Ich spiele das immer schön in die Asterix reinlaufen, wenn sie kommen. Kann man denn den Heavy mit einer Shotgun ausstatten? Ich glaube, ein bisschen, ja. Ich habe gar kein... Hä, was? Zwei. Ja, aber ich habe den einen nicht mal getroffen. Ja, und da ist wieder der Heavy. Links neben dir ist noch ein Heavy. Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Ich habe überhaupt gar kein Gefühl in deinem Haus. Gut, dass die mit Tech aus ist. Die planten unten wieder das Ding. Danke für den Follow, Todel14. Freut mich, dass es dir gefällt. Kann ich dich aufheben? Ist hier irgendwer? Ne, war. Boah, da unten rumkrebeln die Eiermaler. Ich habe keinen Airstrike ready. Scheiße. Oh, 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 da kommt einer von rechts. Da kommt einer von rechts. Rechts von dir. Ja. Hat mich nur noch anhauen müssen. Ja, ja. Mö, hier abcampen als Schauschütze. Da ist er. so jetzt bräuchten wir das obby da war schon wieder so verfickter sniper mann